Was der beste Song aus 2005 war? Ja, ist schwer, ehrlich gesagt, weil im Februar kam ja der hier raus. Und dann kam im März der hier. Im Mai dann dieser Banger. Im August war es der. Im September dann der hier. Und im Dezember dann nochmal der. Und jetzt sagt mir mal, welcher davon am besten ist. Keine Ahnung. Aber es sind alles Flashbacks und sie laufen alle bei absolut top. Kommentiert mal, welches Jahr ich als nächstes machen soll. Du, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnierst du jetzt sofort den Kanal. Drück die Glocke, folg uns, gib ganz viele Likes, Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal.